Hallo, das Vögelchen! Es ist diesmal alles gut gemacht. Danke, danke, danke. Ich finde es erstaunlich, dass du dich daran erinnerst. Traumatisiert war ich davon. Du erinnerst dich ja immer nur daran, wenn ich etwas verkackt habe. Ja, stimmt. Danke. Jetzt kommen sie aufbauende Worte wenigstens. Nein, das war Zufall, Scooby. Oder? Ich war ja auch nicht ganz unschuldig. Ich spiele auch nicht perfekt. Na, das war jetzt hier schon jeder. Oh, Newsflash? Ja, das war's. Ja, das war's. Ich muss sagen, ich hab's erst gemerkt, dass es knapp war, als ich gestorben bin. Ja, du hast nur die Schnattern gemacht. Jetzt, wenn du damit gerechnet, es geht alles gut aus. Ja, das war's. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hab's. Ja, ich hab's. Ich hab's. Dann holen wir mal was zu trinken. Ja. Wow, ja cool, ja mal schübsches gekriegt. Tja, ich glaube ich nimmt jetzt die Resurrection hier. Da bin ich wieder, danke, Virginia mit W. Ja, die möchte ich nochmal Resurrection... Oh, guck mal, hier ist ein Schacht. Ist die hot? Ist das ein Wälder? Ne. Ne, damit gehe ich... Uhhh ... Guck mal, ich hab nur welche gepullt. Da freu ich mich wieder. Ist ja aber nicht Ja, kommt halt noch Noch mehr Ja, was ist denn jetzt los? Level ab Warum? Wachen wir so viel mehr Als ich Ich hab die Quest schon alle abgegeben Und du? Das wollte ich mir doch aufsperren Das glaube ich Ich wollte es nicht so schroff sagen Ist dir aber gelungen Ich meinte es ja auch so Ich wollte es nur nicht so sagen Warte mal, ich muss die Kratzer rausbringen Rausschmeißen Jetzt ist es schon wieder am Futter Warte, glorreiche Zeiten Stehen uns bevor Ne, warte mal Warte, warte, warte mal Wo ist dieser Skill hin, den ich hab? Ich Hab ihn Schauer und Sterne So Und Wo ist es denn? Was ist denn? Protection Warrior Ohne Schockwelle Was für eine gedemütigte Weltmer Abraham Lincoln Er war so ein Zittes Unis Hemingway Oder Unis Hemingway Hat Krieger-Tanks gehasst Aber Auf französische Williams Da hat er immer Palatine genommen Bei Beruhestein Auf Frankreich Weißer Was ist das? Das war's für heute. Alter, haben wir auch diese Indie hinter uns gebracht. Feuer frei. Ich dachte, wo wir schon so irgendeine Soundkulisse haben, kann ich das auch mit reinbringen. Ja, das ist hier schon ein alter Hut, den haben wir ja schon mal besiegt. Ja, den haben wir gelegt. Das war quasi ein free win. Das ist mein Gehlas, ne, ich hielt aber mehr. Das war ein gutes Glück, Christian. Session. Oh, it's just Armageddon. Armageddon? Der Züge ist schon abgefahren, oder? Das ist ein sehr schnelles Spiel. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und so geht es. Na, 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 na. Mana läuft Läuft so easy Vielen Dank. Aber dieser Massenstun beim Prottkrieger ist einfach sooo angenehm. Nice. Ja, das glaube ich dir. Bei allen Sachen, die ich gesagt habe und wo du nicht gesagt hast, das glaube ich, als du mir dann nicht glaubst. Ich glaube, nee. Bitte hast du mir erwischt. Du hast wirklich abgenommen. Ich kann mich auch sagen. Hallo, nein, tut. Hau auf mich doch. Zu weit waren wir hier echt noch nicht. Ach, warum gewinne ich hier mal? Ich habe keine Taschen. Müsst du mit aller Kraft eine Flasche öffnen. Den Deckel von der Flasche trennen. Holy shit. Screw me. Ja, noch zwei Bosse. Wir brauchen noch zwei Bosse. Hey. Jetzt stehen wir am Ende. Oh, go, da. Volle, volle Leistung. Aktiviere Overheal. Das ist jedes Mal, als ich gestorben bin, hättest du noch Overheal aktivieren können. Ja. Ah. Okay. Der Mann hat Gift. Man merkt auch, Overheal heißt, dass nur noch Scooby gehielt wird. Ja, das ist wie wenn man so in einer Kälte irgendwo, weißt du, ja. Das Körper nur noch die lebenswichtigen Organe versorgt. So ist Overheal, in der Overheal-Phase. Und du bist mein Körper quasi? Ich bin dein Körper, ja. Oh, dude, ich muss dringend mehr Sport treiben. aki. Äh. Hahaha. Okay.